Energreen ist effektiv, innovativ und robust. Die großen Stärken von Energreen sind gleichzeitig die Vorteile für uns. Sie bieten einmal eine MOTS Hubkraft an. Sie haben eine riesen Reichweite und sie sind robust und technisch sehr weit auf dem Markt vorangeschritten. Mein Name ist Michael Hauke, Vertriebsleiter Energreen bei der Firma KLB Baumaschinen. Untertitelung des ZDF, 2020